einfach den weißen Springer, genau das scheint das Problem zu sein, daher müssen wir erst mal Springer f2 ziehen, verstellt zwar eine Läuferlinie aber es droht immerhin noch Läufer e4 Schach, König c5 und jetzt kommt der eigentliche Vorplan, der weiße Bauer schlägt den schwarzen Bauer auf g5 und es droht jetzt unmittelbar Springer f4 matt. Stellung, dass man die Idee um den Zugläufer d4 erweitern könnte, aber ich habe keine Möglichkeit gesehen diesen Zug mit einzubinden und man muss auch schon froh sein, weil das das Springer bis zum nächsten Mal.